Achtung, wo wir wollen drehen. Ton bitte ab. Und bitte! Es war super verrückt, ans Set wieder zu kommen. Ich weiß noch, genau erster Drehtag standen wir einfach in Marienburg, da in diesem Hof von diesem tollen Schloss. Ich hatte das Kostüm wieder an, ich hatte mein Parfüm wieder drauf und ich stand vor Harriet. Es ist immer wie ein Klassenpfad. Es ist so einfach sehr viel Familie, wir alle und das ist unfassbar schön. Ja, der Link jetzt! Maxson! 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 Let's go!